Hi guys! Hallo meine lieben Leute, ich bin's Alara. Also bitte abonnieren und liken und ja. Und wenn ihr es auch noch nicht gemacht habt, dann mach es eben. Also hier gibt es so Bilder und ich mach jetzt gerade die, die sieht cool aus. Dann gibt es so Zahlen, die muss man einfach so machen. Dann geht man näher und presst E1. Hey guys! E1. Immer so weiter. Aber hier gibt es die schnell. Ihr sollt mal Sandbox holen. Das ist so ein cooles Spiel. Und dann macht man einfach so viele Bilder. Es gibt auch zum Beispiel Topmodels und so. Wenn man immer zum Beispiel jetzt, ich will nicht mehr machen, dann gehe ich zurück und ich gehe einfach so, da ist es schon. Da kann man einfach weitermachen. Ich habe zum Beispiel die gemacht. Nun, das hat sehr lange gedauert. Also hier kann man schon ein Beispiel, ich mache jetzt Face. Also, ja, Gesichter. Da sieht man so Gesichter, die man machen kann. Beispiel. Warte kurz, ich suche gerade einen guten. Da gibt es sehr viel, 28. Da kann man draufgehen. So richtig schöne Bilder machen. Und ich finde das cool, weil man langweilig hat. Weil man nichts zu tun hat. Tue ich einfach hier draufgehen. Und, ja, spiele. Und schreibt in die Kommentare, ob ich noch so ein Video machen soll. Und was für Videos ich machen soll. Ob ich Horror spiele, mehr Roblox. Oder egal, welche Spiele auf Roblox. Es sind einfach coole Spiele oder was auch immer ihr wollt. Und natürlich mache ich sie. Und, ja. Da drücke ich einfach drauf. So schnell. Und so geht es einfach weiter. Immer so. Oh, nein. Da kann man einfach wieder drücken. Da geht es wieder. Und ich werde es jetzt machen. Bis es halt fertig ist. Dann kann ich euch zeigen, was dann passiert. Also da. Jetzt überall so ein. So. Seht ihr schon. Da noch so. Und da ist, glaub. Äh, da. Ich finde nichts mehr, Leute. Ich glaube, es ist fertig. Dann könnt ihr es so wegmachen. Da siehst du, wie viel wir gespricht haben. Das sieht jetzt, ähm, sehr, ähm, komisch aus. Habe ich selber schon gemerkt. Und ich meine es ernst. Sehr komisch. Also. Beispiel. Da gibt es jetzt wohl viele. Da komme ich weiter. Ich finde jetzt eigentlich nichts mehr. Ich hoffe, es ist fertig. Aber ist es auch nicht. Weil sonst hätte das, ähm, hier das Kreis bei Nummer 1, ähm, gestrickt. gestrickt, gestrickt, gestrickt geworden. Aber ist es eben nicht. Das heißt, irgendwo, da, wenn man etwas verpasst. Und das sieht sehr lustig aus. Das habe ich schon gemerkt. Ich finde es immer noch nicht. Diese einzigen Stecknest. Das sind würde ich noch nicht gleich, binnen. Also. Das ist ja nichts. Da gibt es nichts mehr, Leute, aber egal. Ich mache jetzt den Zeichenstrophen, da drückt man einfach auf 2. Und immer, wenn ich ein 1 dann sehe, kann ich einfach direkt draufdrücken. So einfach geht es. Und ja, auch die anderen Videos von uns anschauen, zum Beispiel Superslime. Das habt ihr bestimmt gern. Finde ich. Das Superslime ist eigentlich sehr gut, finde ich. Aber Paare von euch findet das voll schlecht und Paare von euch nicht. Aber egal. Wir machen da einfach jetzt weiter. Also Leute, so geht einfach Sandbox. Und das könnt ihr abonnieren, wenn ihr nichts zu tun hat oder so. Da würde ich immer so weitermachen oder so etwas machen. Also Leute, bis nächstes Mal. Ciao. 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 Ciao.